In unserem ersten Video haben wir euch gezeigt, was wir erreichen wollen. Diesmal wollen wir euch präsentieren, was uns eure Unterstützung wert ist. Als Dankeschön für eure Hilfe haben wir uns kleine Geschenke für euch ausgedacht. Ab einem Betrag von 5 Euro werdet ihr als Unterstützer im Abspann zur Videodokumentation des Festivals genannt. Ab einem Betrag von 10 Euro wird eure Name natürlich im Abspann zur Videodokumentation des Festivals genannt, aber darüber hinaus auf eine Unterstützertafel. Diese Tafel wird bei dem Festival öffentlich präsentiert und anschließend wird sie in der Einrichtung in Risan und dann in Münster aufgehängt. Bei einer Spende von 15 Euro bekommt ihr natürlich beide vorherigen Belohnungen und darüber hinaus einen ganz tollen Grimm Kinderfilm Festival Schlüsselanhänger. Bei einem Betrag von 25 Euro bekommt ihr zudem ein signiertes Poster zum Festival. Bei einer Spende von 50 Euro bekommt ihr natürlich alle vorherigen Belohnungen und zudem ein selbst gemaltes Bild von einem der Kinder, die in Lusand am Festival teilgenommen haben. Bei einer Spende von 100 Euro bekommt ihr zu allen diesen vorherigen Geschenken noch ein Märchenbuch dazu. Bei einer Spende von 500 Euro werdet ihr mit Namen oder Logo als Producer aufgeführt und bekommt eine DVD mit der Videodokumentation des Festivals. Ab einem Betrag von 1000 Euro bekommt ihr natürlich alle vorherigen Geschenke und was ganz ganz Besonderes, ihr habt eine einmalige Gelegenheit bei der Fortbildung zum Medientrainer mitzumachen und so könnt ihr demnächst Medienprojekte mit Kindern und Jugendlichen selbst durchführen. Wenn du uns anders als mit einer Spende helfen möchtest, dann erzähl doch bitte vielen, vielen Menschen über unser Vorhaben, über unsere Kampagne und versuche viele Menschen dafür zu begeistern. Nutze dafür Facebook, Twitter oder auch andere Möglichkeiten. Jede kleine Hilfe ist herzlich willkommen. Und nun seid ihr dran. Wir freuen uns über jede Unterstützung und halten euch natürlich mit unserem Podcast auf dem Laufenden. Jede kleineionen개념, zwei menos Daily жизни. Frauņi im schöner Lie gauche ist einictionaryège, also mit dem Laufenden, wir ließen Amslenburg. und langeướng immer noch positiv werden. Wir freuen uns zurück. Das sind keine unsere derivee! Bharat Pol Isso ist früh,